hallo leute herzlich willkommen zu einem neuen video und ja ich mache heute meine besten von die besten packs zeigen und ja wir werden uns ja ich zeige halt meine besten packs und ja wir werden uns nachher halt gucken wie wir halt zu kriegen und wir sehen uns gleich wieder ok mein erster pack ist jetzt gekommen und los geht es wie wenn es jetzt gucken jetzt ist es zu klein ja 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 oh mein Gott 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 das ist das scheiß dieses Pack da haben wir das Bild jetzt kommt mein nächster Pack und jetzt ja ja das ist gerade ich meine ok jetzt kommt mein ja eigentlich ist es nicht so das bestes aber so Ronaldo ja ich weiß aber egal wir sehen uns in den nächsten ja ich weiß nicht was ich hier gerade gezogen habe boom alter tut mir leid wegen dieses Aufzeichnungen wo ich gestoppt habe aber das ist einfach abgefahren einfach und jetzt bitte komm guckt einfach mal her wen könnt ihr noch erinnern aber das ist ein fast schlechter Pack wie ich die meisten hingezogen habe ja mann echt mal ein guter Spiel oh mein Gott das ist das letzte und ja das wird sich so ein bisschen aufheben und ja jetzt kommt's ein Bild einfach gekriegt ja ich ja geil dann mache ich heute nochmal schon meine Becker-Picks auf und ja und ciao bei